Haus der Bürgerschaft Das moderne Gebäude am Ostrand des Marktplatzes ist der Sitz der Bremer Bürgerschaft. Die Bürgerschaft ist vergleichbar dem Landtag in anderen Bundesländern. Die Pläne zu dem Gebäude stammen von dem Berliner Architekten Vassili Lukard, einem der wichtigsten Vertreter der klassischen Moderne. Lukard hatte mit seinem Entwurf den von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Eine Vereinigung konservativer Bürger forderte jedoch eine historisierende Rekonstruktion des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Marktplatzes. Architekt Lukard musste an seinen Plänen verschiedene Modifikationen vornehmen, konnte dann aber den Entwurf realisieren. Heute hat sich der Protest gelegt, das Gebäude wird von den meisten Bremern angenommen. Es steht für Transparenz und Bürgernähe der Bremer Politik. cores. Oui, ist das doch auch. Vielen Dank. Vielen Dank.